Los, lass uns hier abhauen. Wo stehst du denn? Wie geroutet, Alter? Dreht euch mal um. Geh ihr da! Was habt ihr hier zu suchen? Nichts. Wir, ähm... Ausweisung aber Dali! Äh, Schieheil... Arm kaputt. Arm kaputt? Soll wohl ein Scherz sein, wie? Schieheil! Arm kaputt! Ich protestiere! Was wollen Sie von mir? Ich verlange, dass Sie mich auf der Stelle verlassen. Wir kommen in Argentinienburg, Freunde! Das also war Pfarrer Subak. Der Mann, der uns einmal die Woche mit seiner Radiobeichte auf die Nerven ging. Sein Körper sah aus, als würde er nach dem Motto fit durch Arschbomben leben. Ungefähr so, wie ein riesiger schwarzer Tintentropfen ohne Beine und mit zwei fuchtelnden Ärmchen, an denen sie ihn einfach wegschleift. Los, rennt er jetzt! Deshalb werden wir hier eingesperrt. Ihr seid Tux. Tux? Aufgemerkt, ihr Spatten! Ihr werdet von heute an jeden Tag einmal kiffen! Immer nur kiffen und fummeln ist auch irgendwann langweilig. In Flower Powertown läuft seit 37 Jahren ein Dauerkiff in. Naja, man kann ja zwischendurch auch mal spazieren gehen. Für'n A-Dur könnte mir vielleicht einfallen, wer das ist. Okay, also... Die scheiß Herbstmesse. Fucking hell. Jetzt hilft uns nur noch International Rescue. Hey, die kennst du? Total unauffällige Geheimagenten. Ich kenn nur Kekse, die so heißen. Die heißen Tux? Mit C. T-U-G, hä? Sonst hieß es ja total unauffällige Geheimagenten. Erschöpft und zufrieden sank der Herr in einen Liegestuhl von FLT 559 und chillte mit dem Gedanken, wie geil wär das eigentlich, wenn es eine Band mit dem Namen Genesis geben würde. Amen. Hä? Hey, das glaub ich ja nicht. Was für eine Überraschung. Seth. Hi, Cincinella. Und das ist... Hi. Pooley Boy. Wo habt ihr den denn aufgegabelt? Wow. In Argentinien, Bon.